Fahrwerk Ö ist eine fahrende Theaterwerkstatt, die zusammen mit Kindern und Jugendlichen Theater entwickelt. Die einen und anderen finden, Kindertheater ist nicht herzig oder nervig. Wir sind davon überzeugt, dass Theater mit Kindern und Jugendlichen eine unglaubliche Kraft hat, weil sie häufig eine natürliche Spielenergie in sich haben. Wir finden das eine sehr bereichernde Kulturarbeit. Das Fahrwerk Ö ist draussen inszeniert. Es gibt uns schon etwas mehr als 20 Jahre und auch mit den Liegenschaften wird immer anspruchsvoller. Wir finden natürlich alte Fabrikareale, leerstehende Villene, fantastische Areale, aber langsam schrumpfen sie. Das Schöne an der Schöne ist die Mischung zwischen Grün und Fabrik und Wasser und gebraucht und ungebraucht. Wir finden es ein super cooles Areal zum inszenieren. So geht es mit Ihnen an der Schöne daunen, unsere Pfeil und Atmos für Kindergünstige und Kindergünstige und Kindergünstige und Jugendliche. Vielen Dank.